Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Random Shit Mics on Bikes Battlefield 3 Mit Wolf und mir Just Dragonstorm Wir sind hier mitten in der Nacht in der x-ten Folge Und haben einfach Bock daran, Scheiße zu bauen und aufzunehmen Und irgendwie schlechte Videos zu produzieren Also, wenn ihr Spaß dran habt, zieht's euch rein Wenn nicht, tut's nicht Achja, ich hab was ganz Essentielles vergessen Evers, äh, äh, Wolf, äh, äh, grundig mal ins Mikro Genau das Okay, da ist unser Bike Warte, du fährst, ich hab wieder Volkopf Okay Nein, Spacken ist drauf Spacken ist drauf Ey, Spacken, geh runter Hier runter, Spacken Unser, 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 unser Ride Verdammt, egal Halt rein Fahren wir durch C, komplett durch C durch Okay Da kommst du, glaub ich, halb durch Du kommst am Anfang da durch, aber am Ende nicht mehr Bam Wollen wir eigentlich mit Leertaste bremsen? Da ist sie! Da kommt einer, da kommt einer Fahr, 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 ich hab heavy MG Okay, los Gehittet, 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 gehittet Ah, komm wieder rein Ah, ist kein Ding, schaffen wir Schade, dass man als Fahrer so wenig Punkte kriegt Also das ist zwar Geht eigentlich Na, das ist eigentlich, wenn du in so einem Team bist, dann kriegst du mehr Punkte als ich Obwohl wir eigentlich im Endeffekt dasselbe tun und du ohne mich eigentlich ein bisschen aufgeschmissen wärst Ja, das stimmt Oder aber nachvollen Ja, alter Obwohl, nö, wir erobern einfach den hintersten Punkt Warte mal, war bei C irgendwas? Ich hab da gar nicht Wow Hat uns nicht getroffen Hält, hält Alter, ich hab das, äh Ich, durch die Rakete hab ich das, äh Das Fahrzeuggeräusch gar nicht mehr Ich glaub, wir sind ein bisschen zu weit Ja, bei mir war auch auf einmal das Fahrzeuggeräusch danach weg Ja Ich vermien den scheiß ich mal Ich glaub ja immer noch, dass das dumm ist, hier noch stehen zu bleiben Haben wir je behauptet, intelligent und klug zu spielen? Let's go Okay It's a me, Mario So, das Ding ist komplett vermien, falls da einer hergeht, hat er Pech gehabt Wenn es anfängt zu blinken, klicken Ja Ja Ich seh nix, ach scheiße, auf Third Person hab ich da nix mehr gesehen Hast aber, dass wir hier drin sind Ich kann mich jetzt auf A warten Ja Oder wenn du merkst, dass ein, der eine C4 ist zerstört, wird sofort abdrücken Ja, da kommt grad ein Panzer angefahren Ich seh das auf der fetten Karte, wenn du M drückst und dann N, dann siehst du das Aber hier ist einer bei uns drin Auch Dann sollten wir Deckung geben Ja Irgendwo ist einer Ist wieder weg Ja Okay, stärk auf Bin ich Warte Die Akte in C4 hoch, C4 hoch, C4 hoch, C4 hoch Fuck, kein zu viel mehr da, die haben das als Hochdiak Ah, fuck, dead bike Fuck, das sind zwei Ich hab einen down Der zweite ist nicht da, und hinter uns ist noch einer Das sind ein paar mehr Hinter uns ist noch einer mit ner Sniper Lebst du auch noch? Ja, ich leb noch Fuck Oh, da ist der Danke, dass du mir den Arsch gerettet Ja Und spawnt hier immer richtig Unten links Wow Bist du tot? Oder bist du überhaupt verbunden? Nee, ich leb noch Ich bin, äh, vorhin noch verbunden worden Gegner Panzer C4 Nee, Gegner Panzer down Ach, du hast mir nicht den Arsch gerettet Das war ein anderer aus unserem Squad Ich bin noch Oder bist du auch hier? Nee, doch Du bist das Kannst schon sagen Der ist gerade erst gespawnt Achso Das sind trotzdem welche links Von meiner Position aus ist, glaube ich, einer Noch kriegen wir den Punkt Wir haben den Punkt Panzer stone Ich nehm ne Meilen, bevor irgendein Spacken den einnimmt Äh, hier ist ein Fahrzeug Aua, ich bin verletzt worden Ich auch Ich bin hier erstmal drin, um zu heilen Hier war irgendwo ein Gegner Der ist jetzt weg Fick dich, Gegner Ich hab ihn aus den Augen verloren Hat er dich killed? Da ist einer im Panzer Okay, ist kein Ding Aber der wird gerade kaputt repariert, der Panzer Ist er noch da? Panzer noch da, ja Panzer wird spitzifiert Wo bist du? Warte Scheiße Scheiße Ja, dann mach ich den schon richtig kaputt Okay, ich hab den neuen Panzer Pack da mal ein bisschen was dran Irgendwo ist hier was Alles klar Hast du Da links Da, wo ich hinschieße Da kann gut sein, was da unten ist Treffer Ich hab einfach reingeschossen Rechts Da, schießt man durch die Wand Da ist einer Der geht gerade hoch Flagge Schießt er um am besten hin Hast du einen Hitmarker? Ne, auf dem Dach sind auch welche Ah, ich bin down Bipfer Was? Bipfer hat es Rott hattet? Ja Ah, ihr glaubt es Hier? Wärmesucher Ja, Trott Nee, kann gar nicht Bipferber? Vielleicht hat der Bipferber Ne, der Hauptfahrer hat mich gekillt Vielleicht bin ich von oben geschwächt worden Oder so Bist du auch down? Äh, ich glaub das C4 ist dabei draufgegangen Deswegen Russisch Einsatz und, äh, Motorrad? Klar Okay, ich fahr Gott, ich seh nix Das Ding ist vorne drauf First Person kann ich schonmal nicht mehr fahren Interessiert er nicht First Person braucht keiner Das ist kein Typ zum Roadkill Das wär ein Team Roadkill gewesen Das hier Hardcore gewesen wäre Pass auf die Viper auf Ah, stopp Kein Ügel mitgenommen Können die Teile eigentlich anfangen zu brennen? Bestimmt Ah ja doch, klar Aber ich glaub es ist relativ spät Weil ab 48 brennt normalerweise jedes Fahrzeug Lass mal auf F fahren Lass mal versuchen die Viper Oh my god, Crash Attack Die Viper anzugreifen oder so Irgendwie sowas Das wär voll cool Wenn wir mit nem Motorrad Einen Heli runterholen Ja, aber das wird da oben Hä? Das ist aber auch da oben Nein, das ist voll cool Hinter uns Egal Wohin fährst du? Siehst du überhaupt, wohin du fährst? Vielleicht Vielleicht fahr ich ja First Person Nein, noch nicht, aber Nein, kein Kill Guck, ich hab uns Punkte geholt Da sind Gegner Wow Und der Motorrad ist weg Äh, ich glaub es war nicht sogar Da kommt ein fanglicher Panzer Okay Ein bisschen ausschwämen Wo ist'n der Da ist ein neues Motorrad, komm Wir hauen ab Wir sind diesmal nicht mal so useless shit Wie letzte Mal Wir sind sogar so gut wie Erste Stimmt Ey, der Typ soll runter Bist du da nicht drauf? Nein Fuck, Sniper hinter uns Bei E Ja, und Feindliche Panzer Ich versuche eben mit Mit dem Typen das zu machen Fuck, er ist abgehauen Ah, Leck Ich bin vorwärts Und dann hat er mich rückwärts gepfortet Und dann war ich erschossen Egal, ich spawn einfach bei dir Gut Ich hab hier mal ne Line gelegt Ne Line? Siehst du denn die jetzt auch rein? Ja Ich kann's mir angucken, aber das war's noch Jetzt brauchen wir nur noch ein Motorrad Hinter uns! Fuck Ich geh ausrum Ah, ich werd beschossen Da ist der Typ Hinter, links Links Doppelkill Zwei Stück erwischt Hinter dir jetzt Hinter mir waren zwei Die hab ich erschossen Da ist noch einer Scharschutze Der hat ne äh 44er Der ist jetzt hinter dir jetzt Ach, das war ein freundlicher Panzer Verdammt Oh, ich seh ihn Verdammt Aber ich hatte das C4 noch in der Hand Bist du tot? Ja, er hat mich erwischt Ich war geschwächt Weil ich den freundlichen Panzer angegriffen hab Ich dachte, das wär ein Feind Da ist es aber ein feindlicher Panzer Ich hab's einfach zu lange nicht gespielt, was? Das war auf jeden Fall Ein russischer Panzer Aber als ich rangegungen Sag ich dann, dass es blau war Und dann dachte ich mir so, scheiße Glaub ich, dass es ein feindlicher Panzer Ist aber jetzt ein feindlicher Panzer Jetzt ist ein feindlicher Vielleicht war's dann doch schon feindlicher Oh Gott, ich bin weg Ich hab den Panzer Fuck ACRB Hier sind zwei Gegner Das mit C4 ist gar nicht mal so Äh, cool Weißt du, was jetzt scheiße wär Wenn du jetzt die, äh, das wieder versaut hättest Ja Klopf auf Holz RU, Russeneinsatz Wo bist du? Wieso bist du da hinten? Wieso nicht? Ich bin bei den Russen Weil ich noch lebe Ja, Head war's gerade tot Dann komm ich mal bei dir vorbei Wurzest du wiederbelebt, oder was? Nein, ich bin da wieder gespawnt Die in letzter Zeit so rauskamen Ja? Ja So, ich hab mich jetzt mal bei C4 zugekleistert Jetzt bin ich der fahrende C4-Wagen Na 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 Kommt her, Bitches Wo bist'n du? Ich weiß nicht, ich fahr die hinterher Verdammt! Verdammt! Das wäre fast ein Notkill gewesen Guck mal, krieg ich ihn noch Man will ja immer gierig sein Ich fahr jetzt mal so schräg zu dir Ach du, da bist du Ne, da warst du Hast du ihn? Warum nicht? Du bist hier sogar Ja, ich bin hier so rumgeheizt Und hab so Scheiße gebaut Irgendjemand hat mich versucht, am Raketenwerfer abzuschießen Nicht funktioniert Geht noch Ah, da war noch einer Fick dich! Mist! Sekündchen! Ich bin erster! Im Moment Du erster? Ja! Fuck! How? Ich weiß nicht, wo bist du? Russisch Einsatz? Ich muss meinen ersten Platz wieder loswerden Damit ich jetzt wieder Scheiße baue Okay, ist dran Voll am Rad dran Ey! Los! Gibt's doch nicht, ey Ach, vier 3.300 Das ist das Wagen Das ist ein Wagen Links Jetzt links da Der ist umgedreht Ah Das weg Da ist er C4 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 Hochjagen Hochjagen Boom Unaufweise Sprengstoff vernichtet Mindestens 10 10 Sprengstoff Ich hab 180 Punkte dafür gekriegt, dass du das gemacht hast Ja Panzer? Da ist ein Panzer, Panzer Ah, Alter Ah, fuck, ich dachte, ich kann einen Roadkill machen Wie fährst du an den Panzer ran? Genau richtig Der hat uns nicht erwischt Oder zumindest mich nicht Mich hat der erwischt Deshalb konnte ich das Ding nicht zinten Aber ich hab so gemacht, dass du das perfekt legen kannst Dass der dann weg ist Ja, aber das ist egal Wenn wir das nicht zinten können, dann ist das egal Ist ja Ist ja richtig Willst du fahren oder soll ich? Äh, fahr du noch einmal Und danach fahr ich Warte So Hält Ist ja der Ton wieder weg Ja, bei mir auch Es sei denn, ich mach erste Person Bei mir ist der Ton ganz ganz leise Ja, stimmt So ist der Vorlauf Lass mal mit F So ist Ego Durch F Durch F F Da ist eine Person Da ist eine Person Na, verdammt Ah, doch Nee, doch nicht Ich dachte, ich hätte ihn nur gekriegt Da ist ein Fahrzeug Squad Nachschub Dadurch kriege ich immer Punkte Das ist auch gut Ja Das ist der Ausgleich für die Punkte, die ich weniger kriege bei den Kills Ich klicke hier einfach gerade permanent Das ist ein Feind, ne? Oh, fuck Roadkill Pisser, den hätte ich genau gekriegt Leg C4, das ist ein Feind hinter uns Ich kann da nicht dran Du sollst einfach legen, damit, wenn er da drüber fährt Da ist übrigens wieder der andere Du Idiot Ich bin hängen geblieben Ich auch Aber du bist ausgestiegen Ja, ich bin mit dem Motorrad hängen geblieben Und dann ausgestiegen Und dann nochmal hängen geblieben Okay, Motorrad ist, äh, nicht breit Achso, wo soll ich? Willst du? Ich mach Na gut, dann lass mich, äh, noch eine Kiste drauf Ach, aus dem Sitzen kann man die gut draufwerfen Los, go Sitzen für uns nicht Doch Obwohl, das wäre cool, wenn das von uns Weil dann brauchst du nicht aussteigen, um ihn in der Kiste zu legen Okay, das ist ein Feind Ne, ist kaputt Stimmt Hilfe bei Squad Das ist ein Roadkill gewesen Ich wollte den mit C4 hochjagen Ja, ich fahr, 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 fahr Ich bin getroffen Okay, da kommt ein Fahrzeug Ah, ich bin down Von da oben runter ist ein Sniped, der schießt übrigens mit Raketenwerfen auf dich Lebst du noch? Ja, und ich hätte fast ein Roadkill gemacht Fuck Nein, jetzt lebe ich auch nicht mehr Lass mich mal wieder fahren Alles klar Vier, drei, zwei, ich brauch halt mein Stündchen Warte Hast du schon, ach du hast schon drauf Ne, du kannst ruhig noch einen, wenn du jetzt aber egal Ja, okay, dann lege ich noch einen Weil, äh, wenn ich permanent lege Dann ist das besser Hast du? Äh, nein Warte, aber Jetzt Komm rein Hier, kriegst du ein paar Punkte Yay Mach das Boah, das ist mies, aber Das ist eigentlich geil, damit kannst du mir voll viele Punkte geben Aber die Kästen brauchen sie irgendwann weg, oder? Nicht eins zu eins nach Wow, was zur Hölle Nach? Nach, ähm Also ich krieg nicht eins zu eins nach Ich will das nicht die ganze Zeit machen Ja, ist halt egal, mach's hin und wieder mal Was tust du da? AT-Mine Du musst doch auf die AT-Mine aufpassen Ja, ich weiß Tue ich aber irgendwie grad nicht Ne Der steht in der Wand, das sieht merkwürdig aus Ja, fand ich auch Wir müssen mal von weiter außen drauf fahren Das ist so offensichtlich, was wir da machen Das ist unser Motto Ja Hast du da? Ja Hau rein Kriegste Punkte, kriegste Punkte, kriegste ganz so viele Punkte Wir müssen offensichtlich sein Oh mein Gott Nein, du musst Wow Da oben ist ein Gegner Oder war es zumindest Da kommt man durch Hinter uns Da hat er nichts getroffen Okay, wir machen einen Mega-Jump in D rein Und du wirfst einfach Und dann jagen wir's hoch Da war grad ein Gegner Den haben wir voll nicht verpeilt Ich leg schon Oh, Alter, du musst doch fahren können Ich fahr doch Ist alles gut Da ist übrigens ein Gegner Ich leg da schon Nichts getroffen Da ist Noch einer Getroffen Da ist noch einer Das war ein Freund First Person Ne, noch einer Alter, das geht ab Einmal durch A heizen Okay Da ist ein Gegner Ich leg Oh, Alter Ich dachte, ich hätte den wohl gekriegt Lass das Lass das Ja Wieso? Weil das Ich hasse das Dann muss man wieder neu spawnen Und kann nicht rumfahren Ich wollte ihm so eine Kamikaze-Attacke halt geben Ja, das kommt nicht cool Ich dachte, ich treff den wohl Oh mein Gott Was zur Hölle Ich glaube, da war jemand von unserem Spielstil angepisst Dran Willst du wieder fahren? Jo Punkte Punkte Immer Punkte Irgendwie kriege ich gerade keine Punkte Durch G Befehl Ich bin nicht mehr Erster Schon lange nicht mehr Ich bin Dritter Okay Leg mal nur du drauf Dann kriegst du auch nur du Punkte Weil sonst nimmt der, glaube ich, ganz schön viel von mir Hm Dann wirf mal was Ich krieg mal nix Nein Kriegst du nur eine Munition? Ja Ja Vielleicht ist da extra, damit man sowas nicht macht, ein Block drin Kann sein Sag Bescheid, wenn ich, äh, platzieren soll Hm Da sind zwei Fahrzeuge und es ist vorbei Oh mein Gott Der kommt getroffen Fahr in Sicherheit Der war weit weg Das kommt grad nicht gut Lass mal wieder über C fahren, da werden wir am wenigsten gekillt Ich versuch mal ein Jet zu landen Kann man die landen? Ja klar Wie geht das? Einfach immer langsamer werden? Ja, immer langsamer werden, dann kannst du deswegen landen Aber wofür? Ah, da sind es das kleine Ding Aber wieso? Oder Jungs, ich bin in Aspa Ernsthaft? Eins da umbogen gelandet Haha, oh ja, ernsthaft Ich mach grad etwas ehrliches Schade, er hat's überlebt Nein, er hat mich überfahren Kamikaze Jet sind voll geil Oh mein Gott, der hat mich aus dem Schleulersitz gehauen Ich sitze im Boden, das war nicht so gut Okay, ich fliege Voll verpackt Ist die AC-130 gerade feindlich? Äh, das ist keine AC-130, aber ja Weißt du nicht AC-130? Das ist, also keine Ahnung, nein, das ist ein Dropship Das ist eine AC-130 Nein, das ist ein Dropship Haha, die ist kaputt One hit? Nee, nicht ganz Also die ist schwer verletzt Und die gehen alle mit dem Fallschirm raus Nach meiner Attacke Das war geil, let's see down Aber ich hab leider keinen Hitmarker gekriegt Aber ich glaub ich weiß, warum ich keinen Hitmarker gekriegt hab Und keinen Disabled Weil ich bin drauf gekracht Mit meiner Dingens Und hab's dadurch kaputt gemacht Das C4 ist aber kaputt gegangen Weil ich das Ding gecrasht hab Und nicht weil ich's hochgejagt hab So Das Problem bei mir jetzt gerade Ich find kein Bike Da, doch Bike Ist zwar Hitted? Nee, ist gar nicht Hitted Wo bist du? Ich verarsch grad so'n Fahrzeug Ich wurde grad getötet Was für'n Scheiß Kommen die aus der Ecke und töten einen einfach Bullshit Huh Huh, keiner mag euch Vor allen Dingen nicht, wenn sie Level 32 sind Vor allen Dingen nicht, wenn sie Level 32 sind So, kaputt Ich spawn über dir Tu das Was ist mit Dirtbikes? Da oben ist ein Fahrzeug Kannst du reparieren? Nein, ne? Nein Schade, ich hätte gerne einen Hitmarker auf der Auf dem Dropship gekriegt Also auf der A-130 Ich krieg keine Munition Ich krieg keine Munition Upsa Okay, go Doch wohl Das ist die wieder unsere Das ist voll die geile Attacke Um das Ding niederzumachen Ich zähl vierkommikarze Scheiße Boah Boah Episch Aua, aua, aua Nein Da ist halt er uns Guck nicht, ah doch Hattel wir Dammit Dammit Stammt Jetzt ist es weg Die hätten mir sonst wieder so ne Kamikaze Dinge gemacht Da fahren ist deine Munition Okay, ich kann mich ja nicht sehen Willst du fahren? Ja, ich fahr' Wieso fährst du mitten rein? Das ist dumm Weil es cool ist Nein, 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 eh was Weil ich es kann Ja Verdammt daneben Ich hab'n Kill gemacht Nice Warte, bringe ich die Panzer So Krieg Nachschub Hals ein Ist tot? Ja klar Hals weg Ich hab'n noch drei Prozent Hals weg Tue ich Drei Zwei Eins Thorn Da ist ein feindliches Motorrad-Kombo Weißt du was ich hasse? Alter, was tust du? Da ist eine feindliche Motorrad-Kombo Ja, ich weiß C4 oder so? Weißt du was das Problem ist? Aus irgendeinem Grund hat er das Ding automatisch auf Einzelschuss gestellt Ist doch egal, du hättest sie einfach mit C4 umbringen können Das hatte ich gerade nicht FAHR! Aber FAHR! Hinter uns ist... Stell dich nicht an, wir sind doch weggekommen Nein, ich nicht Warte auf mir Ich hab auch keine Kiste mehr dran Ah, vorbei Ja, schade Alter Was für'n lächerliches Gedöns Ja Ich würd'n sagen... Schieben wir noch ne Runde Gunmaster hinten dran oder so? Gunmaster muss nicht sein, aber wir können mal Close Quads oder sowas zocken Ja Deshalb, also erstmal Ab-Moderation, ja? Ab-Moderation Ja, das hab' ich mir von Game On geklaut, also passt das Ähm, ja Wir hoffen, es hat euch gefallen, Leute Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt, dann habt ihr euer Leben verschwendet Dann interessiert's uns nicht Ja, genau Äh Wir haben den View Jaaaa Jaaaa Werde ich's sein Ich geh schon mal raus, ne? Ja, vor allem, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt Also, wenn euch das gefallen hat oder auch nicht Sechs, Fünf Schnell ab, vier Like das, ah Yeah, toll Und was war's nochmal? Ciao, tschüss, tschüss, ne? Das muss ich machen Achso Warte, warte, warte Warte Tschüss! 樑 оры öuf K K в